Jedenmal, wenn ich nach Berlin komme, das ist der erste Platz für deinen Kekse. Nun kommst du wieder. Meine Frau eröffnet ihr Kaffee. Und was passiert, wenn ich das rausfinde? Was passiert? Es gab einen Unfall in Jerusalem. Hallo. Ich fragte mich, ob du hier einen Arbeiter brauchst. Woher bist du? Berlin. Die Cookies, die du gemacht hast, sind sehr gut. Du möchtest sie? Ja. Ich möchte sie in der Kaffee verkaufen. Au! Ihr Mann, er stirbt, nicht wahr? Ja. In Wahrheit, er ging viel zu Berlin. Er brachte uns Cookies, wie die du gemacht hast. Du kennst meinen Sohn? Ich bin sorry. Ich kenne nur deinen Sohn. Wir wollen dich nicht hier. Du verstehst mich? Familie ist wichtig. Nicht alleine zu sein. Was hast du gemacht? Ich hab sie geküsst. Hier. Und was hast du da gemacht?